die dhv news vom 30 april 2021 grün schwarz endlich fortschritt in baden-württemberg daniela ludwig warnt vor chemie gras herzlich willkommen bei den dhv news diesmal bin ich schnell fertig mit meinen vorbemerkungen ich hatte zwar wieder einige videos sessions aber da gibt es keine aufzeichnungen von die öffentlich verfügbar sind jedenfalls bisher habe ich keine gesehen und ja insofern kann ich nur sagen man zwei interessante veranstaltungen kleine kreise einmal mit der solid links jugend in baden-württemberg und einmal mit der jungen union in stormahn und dem herzogtum lauenburg glaube ich ja lauenburg und durch die extrem gegensätzliche politische pole sozusagen aber beides gute diskussionen auch bei der jungen union mich nett empfangen worden und das war eine anständige diskussion also hat spaß gemacht herzlichen gruß nochmal danke für die einladung wie gesagt bei der jungen union ist das jetzt natürlich noch nicht allzu häufig dass man da auch mal ins reden kommt ja ansonsten habe ich nächste woche keine derartigen termine müssen also ein bisschen warten wenn er mal wieder so einen politischen georg-termin irgendwie mitkommen wollt und das war dann halt diese woche eben ja exklusive events für den kleinen eingeschworenen kreis von jungen unionern und ein paar hanf aktivisten zum global marihuana marsch der steht da jetzt wieder vor der tür eigentlich das datum anfang mai geht es ja normalerweise los wobei wenn der erste mai feiertag auf den samstag fällt dann ist sowieso schon mal ein bisschen verschiebung angesagt aber jetzt haben wir natürlich auch corona und es wird nicht viele gmms geben wieder wir werden auch vom handverband diesmal keinen livestream machen also corona hat uns ja nach wie vor vollkommen im griff trotzdem gibt es aber einige gruppen die es durchziehen wollen die trotzdem die demos machen wollen demonstrieren darf man ja nach wie vor grundsätzlich mit entsprechenden regeln abstand maske auch nehme ich mal an aber echte präsenzveranstaltungen mit leute treffen und so nicht nur online nicht nur kamera und ja man sieht zumindest halbe gesicht dann da über der maske vielleicht wenn die leute nicht noch dicke mützen und wie heißen die anderen dinger mützen und kappen kappen sonnenbrillen sonnenbrillen ja alles sowas ne also ein bisschen gesicht sieht man jedenfalls noch und das ganze steigt am 15 mai samstags und zwar in nürnberg frankfurt heidelberg braunschweig duisburg regensburg und karlsruhe zu karlsruhe gibt es noch keine genauen informationen online das wird die nächsten tage noch irgendwann nachgereicht und und alles andere findet ihr unter handverband.de slash gmm 2021 handverband.de links können wir glaube ich auch hier einblenden wir an der stelle schlau also alle die da irgendwie in der nähe wohnen und gut finden dass sie recken dass da trotzdem noch organisieren trotz corona und der ganzen deprisose in der wir ja alle versinken hier jetzt mit dem blöden virus ja draußen ist ja nicht so gefährlich von daher geht euch mal dahin oder behaltet euch an die ansagen was jetzt da abstand angeht und so weiter damit es da vernünftig abläuft und sich keiner ansteckt ja und im nächsten jahr freuen wir uns dann alle auf die ganz große sause auf die größten gmms aller zeiten da wird keiner zu hause bleiben alle hingehen und so und dann ist auch die sache geritzt mit der legalisierung jetzt schauen wir mal nach baden württemberg da haben wir ja eigentlich alle die grünen schon komplett abgeschrieben haben wir seit zehn jahren windfried kretschmann als ministerpräsident der grünen der erste grüne ministerpräsident in deutschland und immer noch der einzige nach zehn jahren und die sind seit zehn jahren stärkste kraft in baden württemberg die grünen und sie sind schon zweimal bei koalitionsverhandlungen gescheitert in sachen cannabis konnten überhaupt nichts erreichen hat sich gar nichts verändert und seit zehn jahren ist baden württemberg genauso repressiv was cannabis angeht wie vorher die cdu-regierung hat sich überhaupt nichts verändert also von daher kein wunder da hat die handfreunde jetzt nicht alle total gebannt und gespannt nach baden württemberg auf die koalitionsverhandlungen geguckt haben aber diesmal scheint doch ein bisschen bewegung in die sache zu kommen auch wenn die koalition noch nicht beschlossene sache ist immerhin haben die arbeitsgruppen jetzt ihre verhandlungsergebnisse vorgelegt muss jetzt noch endgültig entschieden werden aber laut medienberichten haben die grünen die cdu diesmal wohl doch überzeugen können die geringe menge anzuheben bis zu der strafverfahren eingestellt werden können und zwar von sechs auf zehn gramm dafür haben sie sogar was abgegeben ja in den verhandlungen sie haben sich damit einverstanden erklärt dass containern und das schwarzfahren nicht zu entkriminalisieren da war die cdu wichtig und haben sich halt darauf geeinigt okay bei cannabis wird liberalisiert und bei den anderen bereichen eben nicht also haben es immerhin die grünen auch geschafft die priorität von cannabis politik so weit hoch zu schieben dass sie über dem container liegt dass nichts gegen containern ja auch spannendes thema aber wir begrüßen das natürlich als handverband und auch die cdu hat sich eben bei bei cannabis kompromissbereit gezeigt und beim container nicht und beim schwarz fahren interessant dieses herauf und herab geschiebe der geringen menge hat natürlich jetzt keine wahnsinns riesen konkreten auswirkungen das geht ja sowieso um strafverfahren ja sie werden immer eingeleitet auch beim kleinsten krümel und es geht ja nur um die frage ab wann kann eingestellt werden und diese änderung wenn sie denn durchgeht die betrifft ja nur leute die zufällig mit zwischen sechs und zehn gramm erwischt werden also irgendwo zu fuß auf der straße mit sieben gramm cannabis in der tasche wer wem das passiert der wird nach der neuen regelung dann mit einer einstellung rechnen können zumindest als erwachsener ersttäter die genauen einstellungskriterien muss man sich dann auch noch mal angucken und in den usa werden viel radikalere schritte gegangen ja das ist schon ganz schön klein klein diese paar gramm rauf und runter das haben wir jetzt 20 jahre lang uns angeguckt viel mehr ist ja nicht passiert in deutschland konkret an cannabis politik außer dass bundesländer eben in diesem bereich ungefähr zwischen sechs und zehn mal rauf und runter gegangen sind in usa haben wir dann eben eher schritte von unzen die reden da nur über unzen unterhalb von unzen gibt es überhaupt keine einheit da die wo die cannabis politisch überhaupt darüber reden die sagen ein zwei oder drei unzen werden entkriminalisiert und eine unze sind knapp 30 gramm ja die wird sich kaputt lachen über so eine reform von sechs auf zehn gramm so ja bis der drittel unze sechstel unze also naja aber immerhin die bundesländer in deutschland haben ja auch jetzt nicht so riesige stellschrauben die können ja zum beispiel auch nicht sagen ja bei uns jetzt der besitz von cannabis nur noch eine ordnungswidrigkeit oder sowas als bundesrecht aber es ist insofern eben nicht nur symbolpolitik sondern es ist ein starkes symbol ja es ist zwar symbolpolitik aber eine wichtige irgendwie auch also es ist auch ein signal an die bundesregierung und an andere bundesländer da sagt man ja schaut her wir gehen ein bisschen kleines schrittchen nach vorne richtung liberalere cannabis politik kommt irgendwer mit so guckt sich um und ja wenn alle bundesländer so in dem bereich vorgehen ja und man merkt okay wir sind uns einig gehen alle vorwärts irgendwie dann kommen irgendwann auch die größeren schritte dazu ist aber in den letzten 20 jahren nicht gekommen weil dann immer wieder eine cdu regierung dran war die dann gesagt hat oh wir gehen wieder von zehn auf sechs gramm naja aber jetzt baden württemberg geht mal was vorwärts und es wird ja auch häufig die oder immer mal wieder alle paar jahre die vereinheitlichung der geringen menge diskutiert die hat das verfassungsgericht damals 94 eigentlich auch angemahnt als sie gesagt haben geringe mengen sollen nicht bestraft werden daher kommen wir diese ganzen geringe menge regelungen und die haben eigentlich auch gesagt soll bundeseinheitlich sein im wesentlichen seitdem gibt es immer mal anläufe das zu vereinheitlichen auch jetzt seit frau ludwig im amt ist wieder dann treffen sich die innenminister man kommt mal irgendwie so ein vorschlag auf den tisch eigentlich immer sechs gramm ja man will sich immer nur bei den restriktiven sechs gramm einigen so bei bayern und so jetzt auch wieder unter ludwig soll vereinheitlicht werden aber bitte restriktiv sechs gramm und das wird natürlich auch unwahrscheinlicher wenn baden württemberg jetzt tatsächlich auch die zehn gramm installiert an der stelle und es ist soweit ich weiß soweit ich mich erinnere auch das erste mal dass so eine liberalisierung passiert mit heraufsetzung der geringen menge in der landesregierung mit cdu beteiligung das also auch ja ein wichtiger punkt sozusagen das erste mal dass die sich da so ein bisschen locker machen und sich auf liberalere cannabis politik einlassen wenn sie an der regierung beteiligt sind das zeigt eben auch dass die halt da nicht mehr ganz so krass aggressiv dagegen halten sozusagen weil sie eben auch merken ja die zeiten ändern sich ja da ist offensichtlich irgendwie bahnt sich ein erdbeben bei der cannabis politik an und ja müssen uns mal locker machen da was natürlich dann auch richtung bundestagswahl wenn dann überhaupt die cdu jetzt nicht komplett irgendwie in der kiste verschwindet die wieder in der regierung beteiligt sein wollen dann müssen die da eben noch größere schritte rückwärts machen sozusagen und sich auf wirklich viel größere kompromisse einlassen als jetzt hier die paar gramm da und insofern ist das eben auch eine gute übung für die cdu dann hat sich noch die polizei dazu geäußert das war auch interessant nochmal an der stelle als ich gesehen habe die haben sich da geäußert überschrift gewerkschaft der polizei und so dachte ich ja kann ja wieder nichts werden die werden wieder massiv diese regelung kritisieren und so und nach solchen protesten ist es auch schon mal vorgekommen dass in anderen bundesländern so eine beschlossene anhebung gar nicht passiert ist weil polizei unter anderem gesagt hat geht ja gar nicht wir können ja nicht locker lassen bei der drogenpolitik und so aber nein die haben gar nicht in die richtung argumentiert sondern sie haben nur kritisiert dass sie gar nicht entlastet werden bei dieser entkriminalisierung wie die grünen das angekündigt haben die haben gesagt ja wir wollen die cannabis konsumenten weniger verfolgen und die polizei entlasten ist ja normal auch ein gutes argument aber mit dem was sie da gemacht haben passiert es tatsächlich nicht da hat die gewerkschaft der polizei also durchaus auch recht weil wie gesagt jeder krümel muss verfolgt werden gibt immer ein strafverfahren und die polizei muss den ganzen papierkram halt machen egal ob am ende das im papierkorb landet und die leute gar nicht bestraft werden also da sind sie am rum lamentieren und da wird auch der chef da von der gewerkschaft der polizei in baden-württemberg zitiert hans-jürgen kirchstein oder kirchstein so in der art ich nehme an kirchstein der hat konkret gesagt wenn man dieses vergehen bagatellisiert muss man auch dafür sorgen dass man sie gar nicht mehr bearbeiten muss ja genau der rechte dem schießen wir uns natürlich an und das sind erstaunlich positive töne von der gewerkschaft der polizei in dem zusammenhang baden-württemberg liberalisierung das wollte ich auch noch erwähnt haben habe ich spaß daran gehabt das zu sehen und zu lesen auch die polizei macht sich endlich mal ein bisschen locker insbesondere gewerkschaft der polizei ist bis jetzt nicht als große entkriminalisierungsorganisation aufgefallen aber gut die ganze sache ist noch nicht unter dach und fach die koalition die müssen noch beschlossen werden kann sein hat die cdu versucht hat wieder raus zu verhandeln oder so mal sehen und ich bin gespannt ob ich da nächste woche schon mehr dazu erzählen kann kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi cannabis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen link in der infobox jetzt komme ich zur bundesdrogenbeauftragten daniela ludwig die hat jetzt auch vor synthetischen cannabinoiden in cannabis produkten gewarnt und die der anlass dafür war offensichtlich dass der zoll allein im ersten quartal 2021 150 kilogramm hanfblüten beschlagnahmt hat die eben mit diesen labordrogen nachgewiesen behandelt worden sind übrigens überwiegend offenbar kam das aus der schweiz und aus den niederlanden das sind im prinzip die quellen die uns mit großen mengen hier überschwemmen von diesem gefährlichen chemie gras das spricht auch dafür dass der zoll wach geworden ist an der stelle so ein bisschen dass sie das zeug überhaupt finden und überhaupt analysieren vor ein paar monaten vor einem halben jahr hätte ich jetzt noch damit gerechnet dass sie die allerwenigsten beschlagnahmungen die sie da machen tatsächlich auf synthetische cannabinoide überhaupt testen insofern weiß man nicht wie ob schon länger irgendwie so große mengen ankommen die bloß bis jetzt nicht entdeckt worden sind aber insofern gut die sind da sensibilisiert und gucken sich jetzt da auch genau an was sie denn da jetzt irgendwie hunderte kilo weise beschlagnahmen das kann schon mal nicht schaden und außerdem denkt man da natürlich im ersten moment ja prima dass frau ludwig die gefahr jetzt erkannt hat und jetzt auch mal offiziell vor diesen synthetischen cannabinoiden warnt aber diesen guten eindruck machte halt gleich wieder kaputt die frau ludwig indem sie das thema eben nutzt und noch mal erneut vor der legalisierung von cannabis waren vor der ganzen diskussion und so weiter weil das eben so gefährlich ist dieses zeug auf dem schwarzmarkt und dabei ist ja überhaupt erst das verbot das eben dafür gesorgt hat dass das gepannstück cannabis da überhaupt auf dem markt ist das ist ein schwarzmarkt problem dass da eben irgendwelche illegale billige drecks chemie blabor scheiße auf die handflüten aufgetragen wird ja das ist ein ganz klares schwarzmarkt problem kriminelle strukturen und so weiter verbotsproblem in legalen geschäften mit verbraucherschutz und qualitätskontrolle würde es sowas nicht geben da würde man einfach handflüten kriegen und fertig aber das umzudrehen ja ist ja abenteuerlich eigentlich das verbot sorgt eben für diese gefährliche wahl auf dem markt und frau ludwig meint weil gefährliche markten wahl auf dem markt ist das ein grund dafür cannabis nicht zu legalisieren also da denke ich immer die leute müssen auch ans kopfschmerzen kriegen irgendwie von dieser offensichtlich unlogischen schlussfolgerung die die da irgendwie immer machen aus ideologischen gründen ja das kann man doch gar nicht aushalten im kopf entsprechend hat auch die drogenpolitische sprecherin der grünen im bundestag reagiert kristin kapat-gonter die hat mit einer pressemitteilung in dem zusammenhang noch mal auf drug checking hingewiesen und gesagt ja also die drogenkonsumenten wenn die schon keinen legalen zugang haben sollten die wenigstens die möglichkeit haben ihre substanzen testen zu lassen auf irgendwelche verunreinigungen war eben auch cannabis auf synthetische cannabinoide früher was ja eher ein thema für ecstasy pillen oder so dass man das analysieren lassen kann aber hier nochmal ein impuls der uns auch wichtig ist wenn irgendwann drug checking kommt dann bitte auch für cannabis damit man eben sowas mal testen lassen kann wenn man den eindruck hat da stimmt irgendwas nicht mit der ware und auch kristin kapat-gonter sagt natürlich am ende hilft nur die legalisierung die regulierung des marktes verbraucherschutz qualitätskontrollen und so weiter das ist die lösung soweit richtung frau ludwig aber frau kapat-gonter dazu muss ich mal kurz ein apropos loslassen die ist nämlich von den bremer grünen als spitzenkandidatin jetzt erneut in den wahlkampf geschickt worden auf platz eins der liste für die bundestagswahl in bremen und damit ist der erneute einzug von kirsten kapat-gonter im bundestag kann man es gilt als sicher kann man wohl jetzt sagen ja die wird wieder im bundestag kommen und insofern eine starke stimme für die legalisierung von cannabis bleiben gratulation an der stelle an kirsten kapat-gonter womit ich bei den terminen bin die ortsgruppe rhein-neckar trifft sich am dritten mai die gruppe in braunschweig am vierten mai hamburg gibt's den klönschnack auch am vierten mai und in koblenz trifft sich die gruppe am 9 mai regensburg auch 9 mai und bochum 11 mai dann noch mal 11 mai noch mal hamburg noch mal klönschnack die machen das ja sehr regelmäßig alles ortsgruppen termine könnt ihr nochmal nachlesen auf unserer seite in der termin rubrik alles online termine wo ihr also online teilnehmen könnt und wie ihr da rankommt wie viel uhr und alles so war so solche sachen seht ihr dann da in unserer terminübersicht und für die frage wo findet welcher gmm statt die findet ihr auch in der terminübersicht oder wie gesagt unter gmm 2021 am 15 mai in nürnberg frankfurt heidelberg braunschweig duisburg regensburg und karlsruhe das war's für heute von mir ich freue mich über ein like von euch auf dieses video über neue abonnenten falls ihr noch keine seid und wenn ihr dann noch die glocke aktiviert dann habt ihr den totalen goldstatus erreicht und ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend Bis zum nächsten Mal let's massive bl 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 Vielen Dank.